Jetzt sehen Sie ein Geheimnis beim Handelblick. Es ist ja nicht so, dass ich dann alleine oben auf dem Berg stehe, sondern das ganze Team ist auch immer dabei. Und es ist eine ganz schöne Arbeit, unser ganzes Kameraequipment auf den Berg hochzufahren. Das war Friedrich. Friedrich macht das Licht. Mit dröhnenden Motoren geht es nach oben und Ogi, unser Guide, will mir auf der Bergwiese tolle Sprünge beibringen und eine grandiose Aussicht zeigen. Aber erst einmal haben wir ein Problem. Stecken geblieben. Bis zu 22 Liter Sprit frisst so ein Spielzeug auf 100 Kilometer. Aber das ist mir im Moment egal. Ich bin im Skido-Rausch. Ogi, thanks so much. That was fun. Und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Das war der Hanseblick aus Bulgarien. Mann, Bulgarien im Winter kann ja ganz schön außer Atem bringen. Schönen Sonntag Ihnen noch, wo immer Sie auch sind. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Hanseblick. Tschüss. Tschüss. You can wave goodbye now. Bye-bye. Wanna go? One more? Okay. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bis zum nächsten Hanse biết. Bye-bye. 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 Vielen Dank.